Kann mir jemand ein Beispiel für einen Mythos nennen? Oder eine Geschichte, vor der er Angst hat? Lucas. Wir haben heute einen männlichen Körperteil im Wald gefunden. Den Rest fanden wir in der Mine. Das muss ein Tier sein. Kein Tier, das ich je gesehen habe. Irgendwas stimmt nicht mit Lucas. Die Zeichnungen gehören einem meiner Schüler. Das ist das, was in der Mine war. Ein teuflischer Geist. Sie reden hier von einem Mythos. Für Sie ja, aber eine abschreckende Geschichte für die Menschen, die daran glauben. Er kommt mich holen. Er braucht mich. Und los. Und los. Untertitelung des ZDF, 2020